In dem Moment habe ich überhaupt keine Angst, dass mein Mann wieder der nächste Patient sein soll. Wie gesagt, ich habe so etwas gesehen. Ich glaube auch nicht, dass es das in Deutschland gibt. Ich glaube es nicht. Man kann Vertrauen haben zu der Klinik. Wenn ich Fragen habe, kann mir das jeder erklären. Das ist schon etwas anders. Und ich werde immer begleitet. Also ich fühle mich total sicher. Total sicher.